Herzlich Willkommen zu einer Stunde mit dem Ball, der uns ein paar Pilates Geräte ersetzen wird. Sabine, bring mal den Ball unter deine rechte Fußsohle und roll ihn auf und ab. Schau mal, dass diese Fußsohle sich an den Ball anpasst. Gescheiter wäre es ohne Socken. Dann hast du ein besseres Gefühl. Der Ball wird vor und zurück gerollt und du schaust, dass das ein möglichst paralleller Fuß ist, der nicht ausrotiert und du schaust, dass du Fuß, Knie, Hüfte anpasst übereinander und das Standknie, das streckst du, auf dem stehst du mehr bei der Ferse und du liftest die Wirbelsäule und findest den Unterbauch. Roll den Ball vor und auch zurück, sodass die Ferse runterkommt. Runter die Ferse. Ja, rauf die Ferse. Runter die Ferse. Genau. Super. Dann wechsel das Bein. Der Ball kommt unter die linke Fußsohle. Du schaust jetzt schon, dass dein rechter Fuß parallel zur Außenkante der Matte ausgerichtet ist. Und der Ball, Fuß macht die Bewegung vom Ball mit, drückt so hinein, dass der auch die Form vom Ball annimmt. Ja, wie tief kann die Ferse? Wie hoch kann die Ferse? Das Standbein hat ein gestrecktes Knie. Beide Hüftknochen schauen nach vor. Das Gewicht ist auf der rechten Ferse und du liftest die Wirbelsäule. Sehr gut. Wechsel den Ball wieder unter das andere Bein. Und jetzt gibst du den Vorfuß nur drauf und die fünf Zehen. Paralleller Fuß und du senkst und hebst die Ferse. Senke und hebe die Ferse. Ja, richtig tief und richtig hoch, aber lass die fünf Zehen dort, wo sie sind. Die Zehen dürfen sich nicht heben, nur weil die Ferse runtergeht. Und dann schau im Computer, dass ich die Ferse nicht sehe und du sie auch nicht. Die Ferse soll vom Fuß verdeckt werden, damit du eine wirkliche wahre Knöchelbewegung machst. Die Ferse soll hinter dem Fuß verschwinden. Die soll ich überhaupt nicht im Computer sehen können. Das ist wie ein Spiegel der Computerschirm. Gut, andere Seite. Ruhiges Atmen während der Übung. Du hebst und senkst die Ferse, stehst am Standbein, verlagerst das Gewicht auf die Ferse vom Standbein. Genau. Alle fünf Zehen bleiben unten, während sich die Ferse hebt und senkt. Aufpassen, dass das Knie nicht nach innen geht, sondern Knie geht über zweites und drittes Zehngelenk. Ja, ja, das ist auch eine Balance-Geschichte. Genau. Super. Klemm dir den Ball zwischen die Knöchel. Zwischen beide Knöchel. Bisschen oberhalb der Knöchel. Genau. Hebe deine Fersen und senke deine Fersen. Jetzt machen die Fersen das Gleiche, was sie alleine auf dem Ball gemacht haben. Halt den Ball gepresst, am besten von der Innenseite der Oberschenkel, gar nicht so sehr von den Knöcheln. Finde einen Lift im Unterbauch und schau, dass du vertikal nach oben steigst. Ja, dass du dich nicht zum Computer lehnst, wenn du raufkommst, sondern so rauf und runter. In einer Linie. Krone des Kopfes schiebt nach oben, während die Fersen runtergehen. Ja, das ist unser Tendon-Stretch. Sehr gut. Super. Lass die Fersen unten, roll die Wirbelsäule von oben nach unten ab. Kopf, Hals, oberer Rücken, mittlerer Rücken, unterer Rücken. Die Hände nehmen sich den Ball, die Füße bleiben, wo sie sind. Und du rollst von unten nach oben hinauf. Press dir den Ball in die Hüftgegend, auf Schambein und Hüftknochen. Leg beide Hände oben drauf. Flache Hände, lange Arme. Kipp das Becken in den Ball mit Schambein Richtung Stirn, Mitte und kipp das Becken etwas weg mit Sitzbeinknochen raus. Und Mitte. Schambein Richtung Stirn, Mitte und Sitzbeinknochen raus. Mach das ein paar Mal und versuche ruhig zu atmen. Schultern sind auf dem Rücken, Brustkorb ist über dem Becken, Krone des Kopfes schwebt nach oben. Genau. Dann mach ein neutrales Becken und leg dir den Ball auf die rechte Oberschenkelaußenseite. Rechte Hand drückt fest runter. Außenseite, Außenseite, es ist fast auf der Hüftaußenseite. Bring den linken Arm ans Ohr. Atme ein. Mit der Ausatmung beug dich Richtung rechts und lass den Ball runtergleiten. Press den Ball, press den Ball, press den Ball, press den Ball, find den Unterbauch. Und einatmen, roll wieder hoch. Press den Ball. Nicht wickeln, nicht wickeln so. Press den Ball, dann roll du halt auf dem Unterarm. Ist ja wurscht. Ja. Und einatmen, wieder hoch. Hüftknochen, schau nach vor. Und ausatmen, geh tief. Arm und Ohr müssen zusammenbleiben. Einatmen, wieder hoch. Und ausatmen, geh tief und bleib unten. Und atme jetzt in deine linken Rippen hinein. Drück den Ball. Arm und Ohr bleiben zusammen. Fächer deine Rippen auf durch die Aus- und Einatmung. Also durch die Ausatmung verengern sich die Abstände und durch die Einatmung verbreitern sie sich. Und dann komm wieder nach oben, bring den Ball auf die andere Seite. Rechter Arm ans Ohr und du schaust, dass Ohr und Arm zusammenbleiben. Einatmen. Mit der Ausatmung rollt tief. Einatmen, hoch. Ausatmen, rollt tief. Press den Ball, press den Ball, press den Ball, press den Ball. Hüftknochen nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ja. Einatmen, hoch. Zwei noch. Super, letztes Mal. Sehr gut, da bleibst du unten und atmest in die Rippen seitlich hinein. Achtung, das Becken weicht ein bisschen aus. Drück das in den Ball hinein, find den Unterbauch, schau das bei den Hüftknochen nach vorschauen. Und mit der Einatmung breite die Rippenbögen aus. Mit der Ausatmung schließen sie sich ein bisschen mehr. Einatmen, breite aus. Und ausatmen. Gut. Halt den Ball in den Händen, lass die Füße genauso wie sie sind. Press den Ball auf Hüfthöhe. Zehnmal. Zehn, neun. Halt den Ball zwischen den Händen und press ihn. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, flotter, vier, drei, zwei, eins. Heb den Ball auf Schulterhöhe. Press. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Spring ihn auf Augenhöhe, vertieff den Bauch, lass die Rippen drinnen. Gewicht ist bei den Fersen und press. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Der Ball kommt wieder auf Hüfthöhe und du pumpst ihn auf achtmal nach oben Richtung Augenhöhe, während du die Fersen hebst. Komm rauf. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und tief. Tief, zwei, drei, vier, fünf, sechs, hallo. Acht. Komm rauf. Zwo, drei. Teile mir das. Teile mir das Fersenheben und senken mit den achtmal Pumpbewegungen. Senk dich wieder ab. Das ist eine bilannte Übung, die man normalerweise mit dem Magic Circle macht. Also, komm rauf. Zwo, drei, pump den Ball. Vier, fünf, sechs, sieben, acht und geh tief. Tief, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und press den Ball. Pump den Ball. Pump ihn. Pump ihn. Ja, das ist wie mit Magic Circle. Dann schau mal, dass deine Fersen nicht zu sehen sind, weil ich sehe deine rechte Ferse im Computer. Es kann auch am Winkel liegen, ja. Schau, dass die Füße genau Richtung Computer schauen, dass das verborgen ist, die Ferse. Genau. Sabine, wenn du rauf gehst, atmest du ein und wenn du runter gehst, atmest du aus. Und es sind nicht die Fersen permanent oben. Du kommst rauf. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Gehst tief. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Atme ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und aus. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Letzter und hoch. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und tief. Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nimm den Ball hinter dich. Beuge die Ellbögen. Roll die Schultern auf den Rücken. und lifte die Fersen. Press den Ball. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bleib oben. Dreh den Kopf rechts, Mitte, links, Mitte. Super Balance. Press den Ball. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Dreh den Kopf links, Mitte, rechts. Gleich haben wir es. Mitte. Press den Ball und senk die Fersen. Bravo. Super, super. Jetzt nimm dir den Ball und setz dich obendrauf. Hab die Füße hüftgelenksbreit aufgestellt. Und die Hände auf den Schienbeinen. Roll mal dein Becken. Zwölf Uhr nach vor, sechs Uhr nach hinten. Lass die Wirbelsäule, lass die Wirbelsäule. Das Becken rollt. Zwölf, Mitte, sechs, Mitte. Bleib aufrecht. Nein, 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 nein. Es gilt nicht. Es gilt nicht. Es ist nicht der Half-Roll-Down. Ja? Wir bewegen das Becken auf den Ball und du schiebst mit den Sitzbeinknochen nach vor und zurück. Lass den Rücken lang. Lass ihn so lang, wie er jetzt ist und roll trotzdem den Ball. Vor, Mitte, Rück, Mitte. Immer lang bleiben. Es ist keine C-Kurve, Sabine. Roll den Ball. Der muss sich bewegen. Der Ball muss sich bewegen. Das heißt, dein Becken muss sich bewegen. Es darf aber nicht der Rücken rund werden, sondern der bleibt so, wie er ist. Es ist eine Differentiation, heißt das. Ich bewege mein Becken alleine, ohne dass die Wirbelsäule mitgeht. Ja? Gerade rundet sie sich. Gerade rundet sie sich. Gilt nicht. Bewegt das alleine, das Becken. Alleine. Alleine. Na? Ja, ich merke sie. Steh auf. Steh auf. Ohne Ball. Geh ein bisschen in die Hocke. Hände an die Hüftknochen. Nur ein bisschen. Nicht so. Nein, nein, nein. Ein bisschen in die Hocke. Beug die Knie. So. Und jetzt mach. Zwölf Uhr, Mitte. Sechs Uhr, Mitte. Zwölf Uhr, Mitte. Sechs Uhr, Mitte. Merkst du, was die Sitzbeinknochen machen? Ja. Die schauen einmal zwischen den Beinen durch und einmal nach hinten zum Fenster. Merkst du das? Ja. Gut. Dann setze ich auf den Ball. Und du hast nichts an der Wirbelsäule jetzt geändert. Und das ist auch gut so. Bring die Hände auf die Schienbeine. Mach die Wirbelsäule größer. Viel größer. Dann roll das Becken mit Sitzbeinknochen vor. Mitte. Sitzbeinknochen zurück. Mitte. Das kann natürlich auch vom Liegen und Sitzen sein. Aber es ist besser jetzt. Ja. Schau dir dann in der Aufnahme an, was dein Rücken macht. Ja? Natürlich macht er sich rund. Ist ja okay. Aber wenn ich das weiß, dann kannst du es verhindern. Nichts in Grein. Nichts in Grein. Nur weil du zwölf Uhr machst, kannst du trotzdem oben lang bleiben. Ja, genau. Ganz genau. Gut, Sabine. Stell jetzt deine rechte Hand hinter den Ball auf. Lass beide Knie ein bisschen nach rechts fallen. Die andere Hand geht an die Oberschenkel-Aussenseite. Ja? Mach die Füße ein bisschen enger. Und jetzt massiere deinen rechten Sitzbeinknochen. Das heißt, schieb die Füße. Ja, genau. Du kannst das auf und ab oder kreisförmig machen. Die Hand, auf der du aufgestützt bist, mach die Schulter angenehm auf den Rücken. Beuge ein bisschen den Ellbogen von der aufgestützten Hand, wenn das zu anstrengend ist. Ja. Genau. Bleib jetzt ruhig auf dem Ball und öffne und schließe das rechte... Bleib da auf dem... Bleib auf der Seite. Öffne das rechte Knie zur Seite und schließe. Einatmen, öffnen, ausatmen, schließen. Mach das Schließen, als ob du was Schweres wegdrückst und nicht als ob du zusammenschnallst. Es gibt irgendeine Fitnessmaschine, wo man mit den Innenseiten der Oberschenkel was zusammendrückt. Das könntest du dir vorstellen. Genau. Gut. Gib die linke Hand nach hinten und lass beide Knie nach links gehen und mach Massage am linken Sitzbeinknochen auf und ab oder kreisförmig. Was angenehmer ist. Atme ruhig. Schulter auf den Rücken. Dann bleibst du ruhig auf dem Ball und öffnest und schließt das Knie mit Widerstand. Einatmen, öffnen, aus. Das war das Schweres zusammen. Einatmen, öffnen, aus. Genau. Gut, Sabine. Bleib auf dem Ball sitzen mit beiden Sitzbeinknochen und wandern mit den Füßen so nach vorn, dass der Ball zwischen den Schulterblättern landet. Sehr gut. Hände ans Hinterhaupt. Schulterblätter, Schulterblätter, Schulterblätter. Ja, genau. So, Becken ist jetzt ein bisschen oben und du massierst dir das Areal zwischen den Schulterblättern. Das heißt, schieb die Füße in die Matte und roll rauf und runter mit dem oberen Rücken. Kann noch ein bisschen mehr Richtung BH-Verschluss aufgehen. Aufpassen auf die Haare, dass du die nicht einzwickst. Genau. Find den Unterbauch. Find auch den Oberbauch. Ja, also du musst dich ein bisschen runden oben. Dann bleib mehr auf dem rechten Schulterblatt und tu das mal mehr massieren. So wie du das vorher beim rechten Sitzbeinknochen machst. Genau. Bleib dort ruhig, Sabine. Lass die Rippen sinken und öffne und schließe den rechten Ellbogen zur Seite und wieder zusammen. Zur Seite und mach das wieder mit Widerstand. Einatmen, zur Seite. Ausatmen, drück, was schweres weg. Ein zur Seite und aus. Gut, dann gehen wir aufs linke Schulterblatt. Auf und ab. Auf und ab. Rippen rein. Lass die Rippen sinken. Ja, bravo. Dann bleibe dort ruhig und öffne und schließe den linken Ellbogen. Mit Widerstand. Atme ruhig. Sehr gut. Bleib in der Mitte und tu wieder beide Schulterblätter massieren. Auf und ab. Auf und ab. Schau mal, dass der Ball wieder nach hinten. Finde den Unterbauch. Halt den fest. Halt den fest. Genau. Und komm zur Mitte. Bleib jetzt in der Mitte genau so wie du bist und beug dich zu einem Kipferl, dass rechter Ellbogen Richtung rechtes Knie kommt. Rechts, rechts. Nein, nicht hochkommen. Du machst eine Lateralflexion. Genau. So. Halte hier. Und wie vorher im Stehen, atme jetzt in deine linke Taille, linke Rippen, linke Achsel hinein. Komm zur Mitte und mach andere Seite. Links, links. Ja, genau. Und atme dir in die Taille, in die Rippenbögen, in die Achsel hinein. Komm wieder zur Mitte, atme ein und mit der Ausatmung senk dich nach hinten drüber und schau, wie das viel angenehmer geht, weil du vorher eine Seitbeuge gemacht hast. Schau. Und da atme. Fühlt sich das gut an? Ja. Super. Ja. Sehr gut. Dann komm nach oben, Sabine. Jetzt bist du bereit für die 100. Gib dir den Ball zwischen die Schulterbleiben. Rutsch ein bisschen zurück, dass du dich mehr auf der Kamera siehst. weiter zu, dass du mich mehr siehst? Dass du dich selber mehr siehst. Also weiter zurück, weiter zurück, weil dass man die Beine auch sieht. Noch ein bisschen. Noch weiter zurück zum matten Ende. Ja, genau. So, der ist jetzt wieder zwischen den Schulterblättern. Ja, du bist im Oberbauch und im Unterbauch. Zieh beide Knie zu dir. Wir machen die 100. Wir machen die 100. Die Hände kommen da vor. Weißt du, wo die Hände... Ja, genau. Und pumpe. Atme. Ein, zwei, drei, vier, fünf und aus. Mach ein bisschen kürzere Beine. Ja, genau. Atme in den Brustkorb dreidimensional hinein. Schau, dass sich die Bauchdecke hebt mit der Einatmung. Mit der Ausatmung senkt sie sich sowieso und du probierst, den Unterbauch zu halten, den du von der Ausatmung hast. Auch bei der Einatmung. Du schickst die Sitzbeinknochen nach vor. Schick die weiter nach vor, die Sitzbeinknochen. Ja. Roll die Schultern auf den Rücken. Sehr gut. Super. Tiefes Atmen. Wenn du 100 hast, Sabine, schaukelst du hoch und nimmst dir den Ball zwischen die Hände. Schaukel hoch. Nimm dir den Ball und lege ihn vorne auf die Hüfte drauf. Genau. Aber bleib um. Wir machen den Half-Roll-Down. Hände sind da oben. Ja. Roll dir den Ball mal rauf Richtung Knie mit den Händen. Roll, 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 roll. Nicht wickeln, sondern wirklich rollen. Ja, dann wird er auf den Unter... Genau. Und jetzt rollst du nach hinten runter und der Ball wird dann auf die Hände kommen. Roll, roll, roll. Roll das Becken, roll das Becken und dann roll wieder rauf. Roll wieder rauf. Wir rollen nur das Becken, nicht die Wirbelsäule. Noch ablegen. Nur das Becken. Die Wirbelsäule folgt. Du hast jetzt eine geliftete C-Kurve. Streck die Finger, hab die Füße hüftgelenksbreit geöffnet und veranker deine Großzehenballen. Einatmen, roll zurück. Aus, wieder hoch. Nur das Becken, nicht die Wirbelsäule. Ich will diesen Reißer nicht. Einatmen, roll zurück. Halt, ausroll wieder hoch. Genau. Und verlier den Unterbauch nicht. Bei der Einatmung hast du ihn da. Und jetzt musst du ihn aber noch mehr haben. Ja, genau. Das war super. Mach noch zwei solche. Und dann machen wir unsere One Leg Circle. Dann roll ganz langsam nach unten, wenn du am Ende des Dritten bist. Roll dich nach unten ab und stell deine linke Fußsohle auf den Ball drauf. Beuge das rechte Knie zu dir und bring das Bein rauf zur Decke. One Leg Circle. Kreise zum Knie. Ja, richtig. Drück voll in den Ball und schau, dass du eine kurze Seite auf der Ballseite machst. schießt die Wirbelsäule nach hinten. Das machst du super. Die Form des Balles nimmt der Fuß an. Das passt. Genau. Fünf Kreise in jede Richtung. Bravo. Hinterhaupt ist mittig belastet. Du findest Unterbauch und Oberbauch. Genau. Einatmen bei der ersten Hälfte des Kreises. Ausatmen bei der zweiten Hälfte. Andere Seite. Ja, über die Mitte. Einatmen aus. Einatmen aus. Bring die ganze Luft raus. Schau, was du machen musst auf der Standbeinseite. Halt die kurze Seite. Es darf dein Becken nicht zum kreisenden Bein abhauen. Halte das mittig. Halte das mittig, indem du den Fuß fest runterdrückst und die kurze Seite auf rechts machst. Dann lass das Bein oben ruhig. Lass es ruhig. Fass an die Oberschenkelrückseite, lass aber den Kopf liegen. Lass die Schultern am Rücken. Jetzt fahr den Ball mit einem flexen Fuß nur so weit nach vorne aus, wie du eine kurze Seite auf rechts machen kannst. Gesäß und Rückseite Oberschenkel spürst. Lass die Schultern am Rücken. Bleib da und flex und point den linken Fuß, den du in der Hand hast. Beuge die Ellbögen. Beuge die Ellbögen. Roll die Schultern auf den Rücken. Verlängere das Bein da oben. Rück das Knie nach vor. Ja. Ja, genau. Trotzdem beuge die Ellbögen. Trotzdem drücke in den Ball. Mach Fußkreise da oben. Schultern auf den Rücken. Flex den Ballfuß mehr. Drück den Ballfuß fest rein. Kurze Seite. Kurze Seite. Dann beuge das Knie und bring den Fuß auf den Ball. Nimm das andere Bein an der Oberschenkelrückseite. Knie über Hüfte. Also ein bisschen weiter vor. Ja, aber die Ellbögen bleiben am Rücken. Die Schultern bleiben am Rücken. Flex den Ballfuß. Drück ihn fest hinein, während du das Bein ausstreckst Unterbauch verwenden. Hintern Hamstrings. Wenn du eine kurze Seite auf links hast, dann mach da oben mit dem Fuß Flex Point auf rechts. Das Bein bleibt ruhig, der Fuß macht das. Schultern auf den Rücken. Bissi rotier das obere Bein aus. Oberschenkelknochen ausrotieren. Schultern am Rücken. Kurze Seite auf links. Dann mach Fußkreise und schau, dass das Standbein voll in den Ball drückt. Ich sehe, dein ganzes Bein sich bewegen. Gilt nicht. Ich brauche nur Fußkreise. Das Bein stabilisierst du. Heb Schultern und Kopf, drück das Bein in die Hände und schaukel hoch. Glaubst du, das Rolling Lugger Ball geht heute? Ja. Dann leg dir den Ball oben auf die Knie drauf. Gib die Stirn auf den Ball. auf die Knie drauf. Auf die Knie drauf. Ball. Hände, wo du sie brauchst. Gib die Stirn auf den Ball. Dann fall da nicht runter. Hände, wo du sie brauchst. Und geht schon. Einatmen zurück. Aus, wieder hoch. Drück den Ball. Drück den Ball. Lass die Schultern am Rücken. Einatmen. Aus. Einatmen. Aus. Bleibe hier. Atme hier ein und roll mit der Ausatmung zurück und komm mit der Einatmung hoch. Roll die Schultern auf den Rücken. Zieh die Fersen viel mehr am Hintern und find den Unterbauch, dass das Becken nicht so wackelt. 12 Uhr Becken und jetzt find's gleich. Find ihn gleich. Find ihn gleich. Find ihn gleich. Einatmen zurück. Nicht erst, wenn du schon oben bist. Find ihn schon hinten, den Unterbauch. Gut. Nimm den Ball. Wenn du nach hinten abrollst, gib ihn dir zwischen die Schulterblattspitzen. Beuge beide Knie zu dir für Single Leg. Na, das ist zweiter oben. Schulterblattspitzen. Genau. Beuge beide Knie zu dir. Heb dich in den Oberbauch. Das ist kein gemütliches Strandliegen. Ja. Hände an ein Knie und Knöchel. Streck das andere Bein 45 Grad aus. Zieh die Ferse zum Hintern. Mach starke Hände. Ja. Wechsel das Bein. Wechsel das Bein. Atme ein bei einer Wiederholung. Atme aus bei der zweiten Wiederholung. Schultern rollen am Rücken. Mach die längste Wirbelsäule, obwohl du in einer Krümmung im oberen Rücken bist. Ja, super Sabine. Das ist schön. Genau. Beuge beide Knie zu dir für Double Leg Stretch. Streck Arme. Nimm die Ohren, Beine nach vor. Kreise die Arme und fang ein. Erinnere dich an das vorherige Runterlegen. Du könntest es nach hinten machen, wenn du willst. Einatmen. Breite dich über den Ball nach hinten aus. Kreise die Arme und fang wieder ein. Ja, aber lieg nicht da unten, sondern das machst du in einem Fluss. Einatmen. Und aus. Ja. Mach das im Fluss. Kopf nach hinten. Ja. Und fang wieder ein. Nicht du denn extra den Kopf. Ja. Arme und Kopf. Ja. Jetzt hast du das. Letztes Mal. Einatmen. Und aus. Fass an die Oberschenkel. Rückseite Schaukel hoch. Und nimm dir den Ball in die Hände. Roll nach unten ab. Wir machen jetzt so, als ob der Ball der Small Barrel wäre. Du liftest das Gesäß und bringst dir den Ball unter das Kreuzbein. Ja. Lass die Rippen sinken. Hände können auf Ball sein oder neben dir auf der Matte, was dir angenehmer ist. Vom Bauch zieh ein Knie heran. Vom Bauch anderes Knie heran. Schließ die Fersen fest und fahr die Beine zur Decke aus, sodass Knie über Hüfte sind. Ja. Und jetzt kannst du die Beine strecken, weil du hast ein erhöhtes Becken. Ja. Trau dich noch weiter mit Knie vor. 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 Nein, nicht zu dir. Vor. Genau. Streck die Unterschenkel rauf zur Decke. Streck die Knie. Super. Wir senken jetzt das rechte Bein nach vorne und du vertiefst den rechten Unterbauch und verkürzt deine rechte Seite. Nein. Nein, 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 nein. Wir senken das rechte Bein nach vorne. Weg von dir. Weg von dir. Komm wieder hoch. Das war null Unterbauch. Null. Also, vertief den rechten Unterbauch und senke das Bein. Verlängere das Bein. Verlängere das Bein. Vertief den Bauch. Vertief den Bauch. Was ist mit dem oberen Bein? Das darf nicht abhauen. Streck es. Streck das obere Bein. Und vom Bauchhebe wieder hoch. Fersen treffen sich. Du lässt jetzt das linke Bein runter. Vertiefst den Bauch. Vertiefst den Bauch. Streck das obere Knie. Aber nicht zu dir, sondern rauf zur Decke. Ja. Nicht zu dir, das obere Bein. Lass sie 90 Grad. Gib die Beine weiter vor. So. Streck die Knie. Mehr. Ja. Und jetzt senke das rechte Bein. Vertief den Bauch. Verlängere die Wirbelsäule. Das Standbein ist ruhig. Das darf nicht herumwackeln. Streck es rauf. Streck es rauf. Jetzt senke das linke Bein. Plötzlich ist das rechte, das Standbein. Kontrollier das. Kontrollier das. Kontrollier das. Und hebe wieder hoch. Sehr gut. Gute Kontrolle. Superschön. Gut, Sabine. Lass die Beine oben. Wir machen Walking. ganz kleine Schritte. Gehst du sechs oder acht Stück nach vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und rauf. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und tief. Zwei, vier, fünf, sechs und rauf. Schau, dass der Oberbauch was macht, der Unterbauch was macht. Roll die Schultern auf den Rücken. Du kannst ein bisschen die Handgelenke abheben, dass nur die Finger runterdrücken. Handgelenke, ja. Und dann kannst du nämlich die Schultern besser auf den Rücken rollen. Wenn die Beine weggehen von dir, vertief den Bauch, vertief den Bauch, vertief den Bauch. Ja. Unterbauch und Oberbauch. Gut, Sabine. Geht es noch mit Beinen in der Luft? Ja. Dann mach mal einen Helikopter. Lass beide Beine oben und mach einen Damenspagat. Ein Bein geht zu dir und eins geht nach vor. Dame. Ist wie eine Schere. Halte hier. Streck das obere Knie. Du darfst nur so nah herkommen, wie du das Bein strecken kannst. Das andere kontrolliert. Jetzt mach einen Herrenspagat. Beide Beine gehen auf. Und jetzt schaust du, dass du Sitzbeinknochen rausschiebst, Füße fleckst, die du drinnen hast, die kleinen Zehen zu den Knien ziehst, die großen Zehen fast in deinen Mund. Und dann mach einen Damenspagat, wo das andere Bein vorne ist. Streck die Knie, streck die Knie, streck das rechte Knie. Ja, linke meine ich. Und dann oben schließen sich die Fersen. Das war jetzt eine Runde vom Helikopter. Jetzt mach das andere Bein vorne. Dame. Streck die Knie, streck das Knie, das da bei dir ist. Herr. Streck den Hintern raus. Flexe die Füße. Und genieß den Adduktoren-Stretch. Atme, atme, atme. Dame. Knie bei dir strecken. Das bei dir, das bei dir. Und schließe. Eine, machen wir noch, eine Runde. Rechts und eine Runde links. Du steuerst das. Ruhiges Atmen. Nicht halt den Atem an. Nicht halt den Atem an. Mach es langsam. Das Nervensystem muss sich auch dran gewöhnen. Ja? Denkt sich das, das ist ein Schaß. Das merke ich mir nicht. Genau. Beuge bei die Knie. Fass an den Ball. Heb das Becken so, dass der Ball unten rauskommt. Und jetzt gib die Füße auf den Ball. Genau. Schließe die Fersen. Öffne die Zehen. Wir machen Footwork. Du könntest dir, wenn das okay ist, ja, aber du kannst dazwischen immer wieder ablegen. Den Oberkörper heben und die Hände ans Hinterhaupt gehen. Das ist deine Kopfstütze vom Reformer, ja. Du drückst den Kopf fest nach hinten. Und du hast die Zehen auf dem Ball und in einem, ja, und jetzt schiebst du den Ball für Footwork nach vorne. Fersen aber zu. Fersen zu. Und dann ziehst du mit den Zehen wieder her. Schieben vor. Fersen zu. Das ist Footwork Toes. Und wieder her. Und schieb so lang weg, wie das dein Becken stabilisieren kann. Oder du dein Becken stabilisieren kannst. Lief dir den oberen Rücken. Mach nicht die Ellbögen so auf. Genau. Und du dir ein bisschen eingeladen. Genau. Einatmen nach vorne. Fersen zu. Ausatmen zu dir. Einatmen. Und aus. Leg den Kopf ab. Ist es aushaltbar im Rücken? Ja. Ja, weil man könnte auch die Hände in ein Dreieck ans Kreuzbein legen, ja. Wenn das angenehmer ist. Nein, jetzt schon. Gut. Dann machen wir die Füße so zu, dass du wie ein Vogel auf der Stange bist. Runde dich über den Ball drüber. Hebe Schultern und Kopf. Und schau, dass das Brustbein mehr in den Himmel kommt. Ja, das. Einatmen. Roll nach vorne. Fersen fest zu. Ausatmen. Roll wieder her. Schau, dass die Füße rund bleiben. Roll die Füße vorne drüber. Ja, Sabine. Das ist gut. Aber schau, dass du nicht zu sehr im Hals knickst. Ja. Dass du höher kommst, bis die Kinn zur Brust. Ja. Und mit. Nein, das war zu viel. Kinn zur Brust. Ja, genau. Du wirst das dann in der Aufnahme sehen. Was ich meine, dass du mir nicht so sehr am Hals ziehst. Lifte die Schulterblattspitzen, weil du dich verlängerst und raufkommst. Und senk dich unten ab. Beim nächsten Mal gibst du die Hände anders nach hinten. Wie anders nach hinten? Na, dass nicht immer dieselbe Hand auf dem Hinterhaupt ist, sondern die andere. Mhm. Dann heb den oberen Rücken, flex die Füße und hab die Fersen in der Mitte des Balls. In der Mitte. Fersen sind zu. Und jetzt schiebst du so lange raus, wie das dein Becken aushaltet. Einatmen. Und ausatmen. Zieh wieder her. Lass die Füße flex. Einatmen. Und wenn du herschiebst, musst du die kleinen Zehen zu den Knien ziehen. Ja. Einatmen. Wegschieben. Roll den Ball. Roll den Ball. Press voll rein. Und roll in dir wieder her. Einatmen. Wegschieben. Und aus. Wieder her. Und leg dich ab. Gib den Ball zwischen die Knöchel. Lifte die Knie zu dir. Wir machen Tendon Stretch. Bring beide Beine so rauf zur Decke, dass die Knie über der Hüfte sind. Wenn du willst, kannst du den Kopf heben, aber du kannst ihn auch liegen lassen. Flex und point die Füße mit Widerstand. Stell dir den Reformer vor. Du senkst die Fersen gegen den Federwiderstand und du hebst die Fersen. Ja. Beine bleiben ruhig. Knöchel. Bewegung. Ja, bravo. Super bist du hochgekommen. Super, Sabine. Und beuge beide Knie. Sehr schön. Wie fühlt es sich an? Gut. Super. Sehr gut. Dann machen wir noch Criss-Cross mit dem Ball zwischen den Schulterblattspitzen. Hände ans Hinterhaupt. Handzeller über Handzeller, sodass die Finger auf der Seite vorschauen. Beuge beide Knie zu dir. Mach mehr Oberbauch. Ja. Bring deine unteren Rippen zum rechten Knie. Beide unteren Rippen. Auch die rechten Rippenbogen. Auch den rechten Rippenbogen. Rauf zum rechten Knie. Rechter. Ja. Bleib da und strecke das gegenüberliegende Bein. Bring die Ferse vom kurzen Bein näher zu dir. Ja, genau. Wechsel die Seite. Linker Rippenbogen zum linken Knie. Linker Rippenbogen, Sabine. Bleib mit linken Rippenbogen oben und dann kannst du den Brustkorb nach hinten oder den Schultergürtel nach hinten verschrauben. Ja. Geh auf die andere Seite. Bleib mal da beim Computer. So. Jetzt bleib mit beiden Rippen oben beim Knie. Beide Rippen. Die rechten auch. Die rechten auch. Rauf zum Knie. So. Da bleib jetzt. Bleib da zusammen und dann kannst du dich nach hinten verschrauben. Mit Schultergürtel dreht sich. Ja. Komm zur Mitte. Dann beide zum anderen Knie. Ferse. Ja. Ja. Und dann kann sich der Schultergürtel verschrauben. Super. Und senk dich ab. Das war super. Wenn du willst, leg dich hinten drüber. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Super. Super. Du kannst doch da herumschaukeln ein bisschen. Genau. Genau. Komm über die Seite hoch und setz dich oben auf den Ball für Spine Stretch. Wir machen zwei Spine Stretches. Eine hat ein erhöhtes Becken. Geflexte Füße. Eine lange Wirbelsäule. Und Arme nach vor gestreckt. Schau, dass die Füße eine Mittellinie umarmen. Tauche Kopf. Hals. Oberer Rücken. Mittlerer Rücken. Nach vorne. Beweg auch den unteren Rücken. Ja. Und roll von unten nach oben auf. Einatmen. Ausatmen. Tauch vor. Zwo. Drei. Einatmen. Roll hoch. Zwo. Drei. Tauch wieder vor. Zwo. Drei. Roll wieder rauf. Super. Jetzt, Sabine, setz dich runter vom Ball und schau aber, dass du dasselbe Gefühl hast vom verankerten Becken. Dann musst du wahrscheinlich die Knie beugen. Ja. Gib dir den Ball zwischen die Beine. Drück die Hände. Nein, nein, nein. Nein, nein. Mach Spine Stretch. Mach Spine Stretch. Beine. Und gib die Hände oben auf den Ball und denk an den Wunderchair, wo du das Pedal, leg den Ball zwischen die Beine. Leg ihn hin. Gib beide Hände drauf und setz dich aufrecht hin. Höher, höher. So. Das ist jetzt das Pedal vom Wunderchair. Ja. Drück den Ball hinunter und wachs nach oben. Wachs nach oben. Wachs nach oben. Wachs nach oben. Dann löse den Druck und bleib groß. Und drück tief und wachse. Schultern auf den Rücken. Schultern auf den Rücken. Wachse. Wachse. Und komm wieder hoch. Mit den Händen. Und press runter. Lass die Arme lang. Jetzt tauch. Kopf. Hals. Der Ball rollt. Oberer Rücken. Mittlerer Rücken. Unterer Rücken. Ja. Und roll wieder hoch. Unterer Rücken. Mittlerer Rücken. Oberer Rücken. Drück fest rein. Atme ein. Mit der Ausatmung. Tauch vor. Drück. 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 Schau, dass die Füße nicht nach außen fallen. Die müssen eine Mittellinie umarmen. Flex die Füße mehr. Flex. Flex. Mehr. 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 Zieh die Vorfüße her, Sabine. Ja. Ja. Und roll wieder raus. Mach das noch dreimal. Ich brauche einen extremen Flex in den Füßen. Das hat was mit dem Becken zu tun. Tauch. 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 So weit du kannst nach vor. So weit du kannst. So weit du kannst. So weit du kannst. Super. Und roll wieder nach oben. Sehr schön. Sabine. Nimm dir den Ball zwischen beide Hände. Strecke nach vorne. Und dreh dich zum Computer. Beug dich über das rechte Bein. Tauche nach vorne. Ja. Und roll von unten nach oben hinauf. Dreh dich über das linke Bein. Tauche Kopf, Hals, oberer Rücken, mittlerer Rücken nach vorne. Und richte dich auf. Gut. Dreh dich. Jetzt halt den Ball mit der linken Hand fest. Leg ihn an der Außenkante des Beins ab. Halt ihn mit der linken Hand fest. Streck den rechten Arm nach hinten. Die Säge. Tauche nach vor. Roll den Ball. Roll den Ball. Was passiert gerade mit deinen Sitzbeinknochen? Du bist den rechts voll belastet. Also mach das du was auf der anderen Seite. Flex die Füße. Roll nach oben. Ball kommt in die andere Hand. Arme zur Seite. Dreh dich. Ball kommt runter. Du tauchst nach vor. Hinten kann der Arm ein bisschen runtergehen. Roll den Ball. Bleib da. Und dreh den Brustkorb. Dreh den Brustkorb. Ja, das ist die Säge. Und roll wieder rauf. Sehr schön. Ball in die andere Hand. Andere Hand. Dreh dich. Beug dich. Roll und verschraub dich. Verschraub dich, verschraub dich. Viel mehr. Ja. Und roll wieder hoch. Ball in die andere Hand. Arme zur Seite. Dreh dich. Beug dich. Roll den Ball nach vorn. Und verschraub den Brustkorb. Mehr. Verschraub den Brustkorb gegengleich zum Becken. Roll wieder hoch. Das ist von der Push-Through-Bar. Dreh dich. Ball in der anderen Hand. Tauche nach vorne. Und roll, roll, roll. Flex die Füße, flex die Füße. Flex, flex. Und roll von unten nach oben hinauf. Sehr gut. Kurz den Schwan. Dreh dich in die Bauchlage und leg zwei flache Hände auf den Ball. Die Oberarme und die Ohren sind auf einer Ebene. Flache Hände auf dem Ball. Oberarme und Ohren sind auf. Also streck die Arme. Hier wieder meine Einladung. Komm oft in diese Gruppenstunden. Dann verstehst du meine Sprache. Strecke die Arme. Leg die Hände flach auf den Ball. Und lass Arme und Ohren eine Linie bilden. Stirn schwebt. Genau. Mach ein Scharbein Richtung Stirnbecken. Drück in den Ball. Hebe das Gesicht. Und roll nur den oberen Rücken. Nur den oberen Rücken in seine innere Kurve. Schau dir das dann in der Aufnahme an. Geh langsam wieder runter. Hebe das Gesicht. Und jetzt schau, dass die Schultern auf den Rücken rollen. Und nur der obere Rücken in seine innere Kurve kommt. Der Brustkopf und der Busen müssen liegen. Und senk dich wieder ab. Es geht nur zwischen den Schulterblättern um dieses Areal. Unterm Hals sechs bis sieben Brustwirbeln. Der war gut. Und senk dich wieder ab. Drück in den Ball. Einatmen. Komm nach oben. Ausatmen. Senk dich verlängernd ab. Das ist auch vom Reformer. Der Schwan, wo du die Hände auf der Fußstamme hast. Und du liegst auf der Longbox. Bleibe da oben. Atme ruhig. Roll die Schultern auf den Rücken. Find das Schambein Richtung Stirnbecken. Bring die rechte Ferse zum Gesäß. Und kick zweimal. Kick. Kick. Mehr Schambein Richtung Stirn. Linke Ferse zum Gesäß. Und kick. Kick. Schau, dass der ganze Körper nicht erschüttert wird durch dein Kicken. Und wechsel. Und kick. Kick. Was musst du machen, dass weder der Ball noch die Sabine wackelt. Ja, bravo. Besser. Kick. Letzter. Gut, Sabine. Lass den Ball, wo er ist. Setz dich nach hinten Richtung Fersen. Aber lass die Hände auch, wo sie sind. Lass die Hände vorne. Und setz dich nach hinten Richtung Fersen. Du kannst auch den Ball rollen. Ja, roll ihn vor. Und bleib hinten sitzen. Tauch nach vor. Tauch nach vor. Lass den Ball vorne. Lass die Arme vorne. Ja, genau. Und komm mit der Einatmung nach oben. Roll mit der Ausatmung nach vor. Das haben wir mit der Push-Through-Bar. Genau. Tauche nach vor. Und du hast jetzt einen runden Rücken. Schau nach vorne und komm mit langen Rücken hoch. Aber lass die Hände weiter rollen, den Ball. Langer Rücken. Langer Rücken. Jetzt geh mit langen Rücken nach unten. Das ist eine andere Wirbelsäule. Aber sonst ist die Abfolge die gleiche. Genau. Ja. Schau vor. Schau vor. Und dann komm wieder nach oben. Langer Rücken. Schultern auf den Rücken. Und geh wieder nach vorne. Langer Rücken. Sehr gut. Letztes Mal. Und geh nach vorne. So. Jetzt gehen die Hände. Bleib vorne. Gehen die Hände runter vom Ball. Mehr Richtung Computer. Wander mit den Händen zum Computer. Du machst aus dir eine Seitbeuge. Runter vom Ball. Runter vom Ball. Geh zum Computer. Lass die Arme lang. Lass die Arme lang. Geh runter vom Ball. Und wandere zum Computer. Ja. Genau. Weiter. Weiter. Bleib da sitzen. Bring den Kopf ein bisschen tiefer. So. Genau. Und atme in die Seite rein, die jetzt zum Fenster schaut. Genau. Dann gehst du wieder mit beiden Händen auf den Ball. Schiebst den Ball vor, den Hintern nach hinten und atmest. Genau. Die Hände gehen runter vom Ball Richtung Fenster. Ja. Und jetzt atmest du in die rechte Seite hinein. Super. Wander zur Mitte. Stell die Hände vor die Knie auf. Direkt vor die Knie. Direkt vor die Knie. Über schulterbreit. Krempel die Zehen um. Und dann und drück das Gesäß rauf zur Decke. Hintern rauf. Hintern rauf. Ja. Streck die Knie. Hintern rauf zur Decke. Halte hier. Hebe und senk die Fersen. Ja. Super, Sabine. Drück die Füße, die Hände fest runter und lifte vom Bauch. Ja. Dass sich der Körper nicht so viel bewegt, sondern dass die Knöchel das machen. Lifte vom Bauch. Ja. Das ist auch ein Tendon Stretch. Bravo. Lass die Fersen unten. Wander mit den Händen zu den Füßen. Lass den Kopf ganz schwer hängen. Ganz schwer. Und roll das Becken auf, indem du die Sitzbeinknochen runterzeigen lässt. Bravo. Viel Spaß mit deiner Aufnahme. Da geht's. unteren Aufnahme. Wir sind das. và Turn airline. Wir sind das. và SG-iente Bueno. Vielen Dank.